Kann jeder Zeichen von Verstorbenen erhalten? Aus meiner Sicht ja. Und die Erfahrung in den Jenseitskontakten hat mir gezeigt, dass jeder auch unzählige Zeichen bekommt. Die Frage ist, akzeptierst du das Zeichen als Zeichen? Oder hast du hier bestimmte Vorstellungen, wie dein Zeichen aussehen muss? Dann wird es nämlich schwierig. Ja, natürlich geben alle Verstorbenen Zeichen. Sie versuchen ja irgendwie sich zu beweisen oder sichtbar zu machen. Wie sollen sie es denn anders tun, außer vielleicht Sachen verrücken oder dir über ein Lied beispielsweise die Eingebung zu geben, dass sie da sind. Es findet alles auf der Gedankenebene statt. Und natürlich manchmal auch auf der physischen Ebene, dass Licht ausfällt, dass Fernseher ausgehen, dass Handys nicht mehr gehen. Es gibt ganz, ganz viele Dinge. Aber warte in Gottes Namen nicht darauf, dass der Fernseher ausgeht oder sich eine Wolke mit einem Herz bildet, sondern wisse einfach, die Zeichen sind da und auch die Verstorbenen versuchen hier alles, um sich sichtbar zu machen. Vertraue darauf, dass wenn du ein Zeichen bekommst, dass du das auch weißt. Vertrauen. Das ist das, was ich auch lernen musste. Nicht das Vertrauen in die geistige Welt, sondern das Vertrauen in mich.